Ihr wollt wissen, wie man die Trophäe Fluchteskapaden in der Sessions with Mirage bekommt? Dann schaut dieses Video. Und zwar, ihr müsst hier hin auf dieser Kart. Dort steht ein Gerüst. Sobald ihr euch jedes Mal wegteleportiert zu einem Synchronpunkt, spawnt das Ding neu. Das heißt, ihr müsst immer nur wieder hinlaufen, runterreißen, hinrennen, runterreißen, teleportieren. Und dann habt ihr sie auch schon. Ich hoffe, ihr habt euch weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.